Darauf freue ich mich jetzt ganz besonders. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, die stelle ich deinem Sohn danach auch und dann vergleichen wir das Ganze mal. Los geht's mit, wofür steht dein Unternehmen AVBC? Messbar nachhaltige Trainingsergebnisse. Menschen fit machen für Führung und Vertrieb. Was ist das Besondere in euren Trainings? Ja, dass wir uns sehr viel Mühe geben, die unterschiedlichen Projekte mit unterschiedlichen Formaten und mit unterschiedlichen Herangehensweisen zu versorgen und das maximal individuell. Wir geben uns nicht mit dem Status Quo zufrieden und erfinden uns auch oft neu und was unsere Trainings besonders macht, ist, dass wir wirklich da Zug in die Trainings reinbringen. Die Leute wirklich spürbar anders aus dem Training rausgehen, als sie reingekommen sind. Was unterscheiden eure Verkaufstrainer von anderen Verkaufstrainer? Ja, erstmal, dass es super sympathische Damen und Herren sind, die in den Unternehmen trainieren, dass sie alle über eine eigene berufliche Erfahrung verfügen, keine Youngsters sind, die gerade sich mal ausprobieren im Vertrieb oder im Vertriebstraining und dass sie auch sehr, sehr regelmäßig von uns weiterqualifiziert werden. Wir haben Trainer, die zu 100 Prozent stehen, was sie machen. Die sind Experten in ihrem Bereich, die haben da selber schon so viel eigene Erfahrung gemacht und trotzdem sind sie in den allermeisten Fällen bei den allerliebsten Kunden besonders daran interessiert, sich tief reinzuarbeiten und zwar richtig tief. Die wollen ganz genau wissen, was das Unternehmen ausmacht, was die USPs sind, was die Produkte auszeichnet, wie die Unternehmensphilosophie ist und so weiter und so fort. Und das ist dann auch am Ende des Tages das Besondere an den Trainern. Welche Herausforderungen nimmst du bei AVPC am liebsten an? Mission Impossible. Also innerhalb von kürzester Zeit eine Vielzahl von Menschen zum Beispiel zu trainieren. Aber ganz im Ernst sind es Herausforderungen, die zunächst einmal recht groß sind. Also Transformationsprojekte, Menschen mitzunehmen, zu begleiten, zu faszinieren für eine neue Idee in der Umsetzung, dann auch Dinge anders zu machen als bisher. Das sind Sachen, die faszinieren mich immer wieder. Also Herausforderungen gibt es in vielen Kundenprojekten, in fast allen Kundenprojekten. Besonders Spaß macht es, wenn wir mit dem Kunden auf einer Augenhöhe sprechen und einer Tiefe sprechen, wo du richtig merkst, dass sie uns vertrauen, dass sie die Hilfe annehmen, dass sie richtig Lust haben auf die Trainings. Und dann macht ein Projekt auch richtig Spaß. Wenn AVPC ein Tier wäre, welches wäre es? Also ich glaube nicht, dass es das Zirkuspony ist. Ich glaube, es ist der Ackergaul, der wirklich über den Acker pflügt und durchzieht. Ein Giraffe. Das musst du erklären. Das kannst du nicht einfach so stehen lassen. Ja, der Giraffe, der ist unterschätzt. Der kann sehr viel sehen. Der ist sehr hoch. Der hat einen Weitblick. Er kann sich auch wehren. Ja, aber er kann auch ein unglaublich schönes, geschmeidiges Galoppieren darstellen. Und das ist das, was ich mir so als einen sehr, sehr guten Projektverlauf auch immer wieder vorstelle. Ein schönes Bild, wie alles richtig schön gleichmäßig nach vorne sich entwickelt. Woran messt du den Erfolg eines Projektes? Ja, natürlich, wenn der Kunde erstmal zufrieden ist und sagt, das Ziel erreicht. Meine persönliche Zielvorgabe, dass es zwei Zeitrechnungen gibt. Es gibt einmal die Zeit vor dem Training und einmal die Zeit nach dem Training. Wenn wir merken, dass die Dinge sich verändern. Wir haben zum Beispiel ganz konkrete KPIs vereinbart. Umsatz, Rendite, ja, Quoten der Neukundenakquisition zum Beispiel. Und wenn wir es schaffen, nachhaltig auch noch sechs Monate nach dem Training wirklich eine spürbare Veränderung zu erzielen, die das Unternehmen wirklich nachhaltig nach vorne bringt und Vertriebsorganisation wirklich verändert. Und Veränderung ist ein großer Begriff. Wenn das sich positiv verändert, dann haben wir natürlich im Sinne unserer Zielsetzung ein erfolgreiches Projekt gehabt. Wie stellt sich der aktuelle Generationswechsel in eurem Unternehmen dar? So, dass ich sehr stolz bin und sehr froh bin, einen Sohn zu haben, der das Unternehmen übernehmen wird. Und ich zunehmend dann immer weniger aktiv sein werde. Auch wenn ich das im Moment noch nicht so richtig glauben kann. Aber ich glaube, irgendwo so in vier, fünf Jahren wird es soweit sein, dass er dann die Geschicke des Unternehmens vollständig in die Hand nimmt. Er sagt, dass er noch ein paar Jahre mit dabei ist. Ich persönlich denke, dass er noch lange mit dabei sein wird. Ich glaube, dass er lebt für diesen Beruf. Das macht ihm Spaß, deswegen so sollte er aufhören. Aber ich freue mich, wenn ich weiterhin in der Firma hier eine verantwortungsvolle Rolle übernehme und das Unternehmen auch in die Zukunft tragen kann. Und solange es geht, gerne mit meinem Vater. Was kann Alexander besser als du? Vieles kann er besser als ich. Alleine durch seine ganze Erfahrung. 30 Jahre, die kann ich, glaube ich, nicht so schnell wettmachen. Aber wie gesagt, wir ergänzen uns extrem gut. In vielen Kundengesprächen treten wir gemeinsam auf. Ich bin dann eher so, sagen wir mal, für die jungen, modernen Themen zuständig. Er strahlt dann eher durch seine Erfahrung, durch seine vielen Projekte, die er auch Einblick hatte. Und dementsprechend, also um heute eine Frage zu antworten, ich lerne jeden Tag von ihm. Was kann Nikolas besser als du? Ja, ich glaube, er ist an bestimmten Stellen viel sachlicher als ich. Viel überlegter. Während ich an bestimmten Stellen emotionaler reagiere, als ich es eigentlich hätte müssen. Worauf bist du in deinem eigenen Unternehmen besonders stolz? Ich bin besonders stolz darauf, dass wir immer wieder uns die Frage stellen, was können wir besser machen. Und selbst wenn die Dinge schon ganz gut laufen, gibt es immer noch was besser zu machen. Ob das jetzt unsere Trainings an sich sind, ob das die Kundenbetreuung ist, ob es unsere eigenen Verkaufsgespräche sind, ob es unsere Prozesse sind intern. Wir stellen uns immer die Frage, was können wir noch besser machen. Ziehen uns regelmäßig zurück, mein Vater und ich, und stellen uns diese Fragen auch ganz offen. Strategie nochmal neu zu überdenken. Wie können wir wirklich unsere Trainings, die ja nachhaltig und messbar sind, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wie können wir da nochmal eine Schippe drauflegen und auch auf neue Trends Antworten finden und auch neue Formate. Wie können wir es schaffen, unsere Teilnehmer nochmal auf eine andere Art und Weise abzuholen. Und diese, ich muss schon fast sagen, andauernde Unzufriedenheit, die treibt uns voran. Ja, dass wir doch die vielen Jahre, die es das Unternehmen jetzt gibt, sehr schön kontinuierlich gewachsen sind und ein immer größeres Trainer- und Trainerinnenteam aneignen konnten, die sehr erfolgreich für uns in den Projekten unterwegs sind und wir regelmäßig von Kunden Feedbacks bekommen, positive Feedbacks bekommen, wie angenehm die Zusammenarbeit war, wie gut die Teilnehmenden auch ihre Feedbacks gegeben haben. Darauf bin ich sehr stolz. Und natürlich auch auf ein Team, was das alles ermöglicht, was da auch keine großen Fluktuationen hat, wo wir wirklich sehr eng und sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Darauf bin ich sehr stolz. Willst du noch eine? Ja. Ich habe aber keine. Vielen Dank.